Gute Kick Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Wob Talk, zu einem Vorschau-Video und vielleicht noch ein kleines bisschen, auch ein Rückblick-Video. Ein kleines bisschen Rückblick-Video, denn zu Leverkusen gab es keinen richtigen Rückblick, einfach zeitlich bedingt, durch Uni, die jetzt wieder gestartet ist, auch bei Mika, wurde es halt schwer, irgendwie richtig eine Zeit dafür zu finden, deswegen einfach, und dazu kam, wie ihr es im 60-Sekunden-Talk vielleicht gehört habt, ich konnte das Spiel nicht wirklich gucken, also nur kurz nochmal darauf gesprochen, man verliert damit 4-3 gegen Leverkusen, man hat eigentlich in der ersten Halbzeit gut gespielt, in der zweiten Halbzeit lässt man sich zu sehr hinten rein drängen, auch vielleicht, weil man 3-2 gewonnen hat, dachte man sich jetzt lieber, dass man sich mehr aufs Verteidigen konzentriert, hat nicht so gut funktioniert, dann fiel das 3-3 direkt kurz nach der Halbzeit und ja, und dann kommen Wechsel dazu, auch wahrscheinlich, weil man einfach nicht die Spieler auf der Bank dafür hatte, die dann noch bekräftigt haben, jetzt noch defensiver zu spielen, ja, und am Ende kriegt dann Gerhard eine rote Karte, wo man letztendlich jetzt sagen kann, das hat Hasenlitter auch gut analysiert in der Hinsicht, Gerhard kriegt ein Spielsperre für eine rote Karte, die als Tätigkeit bewertet wurde, das ist so im Grunde eigentlich ein Schuldeingeständnis, dass das eine Fehlentscheidung war, kann man jetzt nichts mehr machen, auch einer der Gründe, weshalb dann letztendlich das 4-3 für Leverkusen fällt und für mich auch ein Grund war, dass man selber dann den Stürmer rausgenommen hat und den Verteidiger gebracht hat, sich hinten reinzustellen ist nicht das Mittel gegen Leverkusen, das hat man gesehen, in der ersten Halbzeit war es ja doch etwas mutiger, wie man gespielt hat, hat man auch mal nach vorne versucht, was zu machen, ohne Stürmer und mit 4 defensiven Mittelfeldspielern vor der 5er Kette wird das nichts, wo die 5er Kette auch noch dazu aus 4 Innenverteidigern, also nominellen Innenverteidigern besteht, kann man nichts mehr machen, man verliert dann am Ende 4 zu 3, ja und jetzt wird es nicht einfacher, dann kommt man direkt zur Vorschau, nämlich man spielt gegen VfB Stuttgart, letztes Jahr Vizemeister geworden, dieses Jahr wieder gut unterwegs, trotz Abgängen wie Girassi und Anton, Anton Kapitän, Girassi Top-Torschütze, schaffen sie es wieder zu überzeugen, spielen sogar gegen Dortmund, wo beide Spieler hingewechselt sind, 5 zu 1, gewinnen nach 5 zu 1 und zeigen, ja, Anton und Girassi brauchten sie nicht, um da locker mal Dortmund wegzuhauen und deswegen, es wird nicht unbedingt einfach, jetzt das nächste Spiel, man spielt zumindest heim gegen Stuttgart und ja, man kann sagen, Wolfsburg hat gegen Bayern gut gespielt, gegen Leverkusen gut gespielt, gegen Frankfurt würde ich das nicht sagen, aber am Ende hat man keinen Punkt geholt, vielleicht wird es ja alle guten Dinge, sagt man ja, es sind drei, vielleicht wird man jetzt gegen Stuttgart wieder gut spielen und dann holt man vielleicht mal die Punkte, das wird man sehen. Auf jeden Fall kann man, wie gesagt, Wolfsburg lassen, man hat gut gespielt gegen Top-Mannschaften, gegen Kiel hat man ja auch gut gespielt und am Ende gewonnen, also ich bin gespannt, es ist, es sieht ja schon gut aus, diese Saison, was man macht, es ist wieder intensiv, man spielt ein bisschen offensiver, also man hat schon drei Tore gegen Leverkusen geschossen, man hat zwei gegen Bayern geschossen, also es ist nicht schlecht, defensiv sah das nicht so gut aus, da kann man überlegen, ob man vielleicht was umstellt, aber das muss am Ende dann Hasenhütter entscheiden, nur wie es eben schon angefeasert wurde, man hat halt gut gespielt und keine Punkte geholt, am Ende kann man, wenn man 34 Spiele gut spielt und in 34 Spielen keinen Punkt holt, dann kannst du dich damit schmücken, wir haben gut gespielt, aber du hast halt keine Punkte geholt, am Ende musst du dann auch mal Punkte holen, du kannst immer gut spielen, finde ich auch schön, wenn man da einen guten Kampf liefert, den Favoriten in die Knie zwingt halbwegs und vielleicht dann mal keine Punkte holt, aber dann muss dazu eben kommen, dass man auch mal Punkte holt, dann kann man von mir aus auch mal dreckig spielen, wenn man dafür dann Punkte holt. So, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt Punkte holen gesagt habe, schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr das gezählt habt, aber jetzt erstmal zur Aufstellung, drehen wir mal kurz die Aufstellung, wie ich aufstellen würde gegen Stuttgart, also ich würde im Tor weiter mit Grabara spielen, spricht eigentlich nichts dagegen, wenn man ehrlich ist, dazu dann gegen Stuttgart würde ich mit einer Viererkette starten, rechts hinten würde ich, obwohl ich gerade überlege, nee wir werden mit einer Dreierkette spielen, vielleicht wird es auch dynamisch zu einer Viererkette, das wird man dann sehen, aber ich würde mit Viererkette spielen, so wie sie auch gegen Leverkusen dann eingewechselt wurde, fast, denn ich würde einfach diesmal mit Waffro rechts starten, ich würde im Zentrum mit Bono spielen und links würde ich Kulirakis starten lassen, C-Sieger würde ich rausnehmen, keinen großartigen Fehler gemacht, unbedingt gegen Leverkusen, also nicht, dass ich wüsste, aber man hat bei Kicker nur einmal gelesen, er war mit der Beweglichkeit von Adli komplett überfordert, hat auch eine schlechtere Benotung als Bono bekommen, also ja, ich würde ihn einfach rausnehmen, ich glaube mit Kulirakis hast du da einen Top-Inverteidiger, der da locker hinspielen kann, hat auch kaum vier Minuten oder so gespielt, hat direkt eine Vorlage gehabt, auch wenn es nicht unbedingt so war, dass man, also es war mehr geklärt und dann hat Zwanberg keinen Platz gehabt und hat das Tor dann eigentlich selber gemacht, trotzdem die Vorlage geht auf Kulirakis Konto, deswegen einfach spielen lassen, Waffro, glaube ich, kann auch was machen, hier ein paar Minuten vielleicht mein Bundesliga-Debüt gekriegt, aber ich würde ihn jetzt einfach Waffro auch mal spielen lassen, warum nicht, du hast ihn doch nicht ohne Grund herausgeliehen, du hast ihn nicht ohne Grund in die Innenverteidigung geholt und wenn du ihn nur als vierten Innenverteidiger haben willst, der sowieso nur zwei, drei Minuten irgendwann mal alle fünf Spieler spielt, dann hättest du auch mit Odoku planen können, deswegen, du hast Waffro für den Grund geholt, dann lass ihn auch spielen, lass ihn von Anfang an jetzt mal spielen, er hat jetzt ein paar Minuten gesammelt, der ist jetzt zwei Wochen im Training, viel falsch machen kann er nicht, deswegen spiel so, Bono im Zentrum, der die ganze Vorbereitung im Zentrum in der Dreierkette gespielt hat, der Abwehrchef ist, der Vizekapitän ist, so kannst du das meiner Meinung auch aufstellen, würde es ja einfach mal probieren und schauen, ich kann aber auch mit einer Viererkette leben, aber das Problem ist dann eben, rechts vorne Baku, Virusinfektion und ja, dann musst du schauen, wen du da vorne rechts hinstellst, bei einer Dreierkette würde ich einfach Fischer an einem vorziehen, der spielt dann rechtes Mittelfeld, im Doppelsechs wird Arnold mit Swanberg machen, Swanberg hat es gut gemacht, hat ein Tor gemacht, lass den da spielen, wurde auch von den Fans als Spieler des Tages gewählt, deswegen lass Swanberg spielen und über links Kaminski auf seiner Schienenposition, wo er doch mehr überzeugen kann und dann vorne mit einer Dreiersturm, im Grunde mit Tomas, Amura und Wimmer, dass man da auch wieder auf Konter geht, überwiegend und ja, viel falsch machen kannst du da nicht und das Problem ist dann eben nur, wie eben angesprochen, wenn du auf eine Viererkette gehst, dann kannst du mit Bono und Kulrakis in der Innenverteilung spielen, war froh erstmal draußen lassen, Fischer spielt rechts, Kaminski links, linkes Mittelfeld, im Grunde wird dann Tomas sein, Doppelsechs, Arnold und Swanberg immer noch, vorne Wimmer und Amura und dann hast du über rechts eben eine Problematik, dann könntest du auch einen Wimmer hinstellen und dann vorne einen Sturm, Behrens hin, kannst du auch immer noch irgendwann später machen mit einem Wechsel, aber erstmal, ich würde mit einer Dreierkette gehen, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wie würdet ihr aufstellen, würdet ihr Wafro schon in die Startaufstellung packen, ich meine, schlimmer als C-Sieger in den ersten Spielen wird er es nicht machen, also kein Problem, einen Tipp wird es erstmal nicht geben, weil ich glaube, Stuttgart ist doch immer noch ein hohes Kaliber und auch wenn man gut gespielt hat gegen Bayern und Leverkusen, glaube ich, gegen Stuttgart wird es auch schwer da zu punkten, aber schreibt gerne euren Tipp in die Kommentare, wenn ihr einen habt, schreibt eure Aufstellungen in die Kommentare, wie schon gesagt, schreibt sonst noch gerne alles in die Kommentare, wenn euch was auf dem Herzen liegt und damit war es das dann mit diesem Video, schaut gerne bei TikTok und Instagram vorbei und damit gut kick und bis zum nächsten Mal.